Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. Wir wollen in diesem Video... Hier geht es jetzt um die Einschubrichtung und noch nicht um die prothetische, sondern um die anatomische Einschubrichtung. Das heißt also Stumpf für Stumpf. Ich definiere hier die Blickrichtung so, dass so wenig wie möglich Unterschnitte entstehen. Wir treffen uns für die weitere Modulation im zweiten Teil dieses Videos wieder, wie ich hoffe. Bis dahin, eine schöne Zeit, Ihr Michael Anger.